Blub blub, hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2. Warum ich immer das blub blub sage, ich brauche auch mal einen Catch, oder? So, ihr seht wo wir sind. Ich habe mir jetzt nämlich wieder eingefallen, wo dieses Secret ist. So, schaut mal hier, wir sind bei dem fetten Hauertypen mit den zwei Feuerbombenwerfern. So, dann müsst ihr rechts rum. Ach, Leute, Leute, Mensch. Und dann sind wir hier falsch. Nein, dann müssen wir die Leite hoch, das ist es. Weil da ja das Tor zu ist jetzt. Ja, genau, da ist nämlich die Treppe, die ich meinte. So, wir müssen hier lang. Ich glaube zumindest, es ist der einzige Ort, der mir jetzt noch einfallen würde, wo das sein müsste. Und zwar gehen wir hier oben rum, weil einfacher. Und weniger Gegners. Warum hat er keinen Backstab gemacht? Ah, 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 ah. Lass mich mit deinen Pfeilen in Ruhe. Also ich kann zweimal zuschlagen und einmal ausweichen. Das ist gut zu wissen. Ich brauche unbedingt mehr. Mehr Konditiones. Oh Gott, da sind drei. Den einen kriegen wir schon mal im Seelenfall. Komm. So. Ja, und der kommt schön angeprescht. Dann kriegen wir den auch. Und jetzt kommt der letzte dran. Oh, ich hätte eigentlich... Nein. Scheiße. Das war dumm, da zu blocken. Der hätte ich einfach ausweichen können. Weil gar kein Schaden ist besser als nur 25%. So, Leute. Und jetzt hier dieser Gang. Ne, der ist hübsch, oder? Jetzt schaut mal, was jetzt passiert. Einfach A drücken. Da wäre ich doch im Leben nie drauf gekommen. John hat echt hier jede Wand abgesucht und hat das hier gefunden. Fand ich sehr cool. Grüße mal an den guten John McLeod hier. So. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Hätte ich gesagt. Ah, cool. Ein Zaubererstab und ein gelbes Kraut. Ja, schön. Also für alle, die Bettlerfeuer sind, die kriegen hier einen Zauberstab. Erst. Also erst. Erst. Klerikerglocke kriegt man früher. Komisch. Naja. Wenn man Kleriker auch so ein Ding zu brauchen. Ja, mögen andere anders sehen. Aber ich finde, naja. Kleriker und so. Heiler. Heiler, Heiler. Das ist schön, wenn man mit mehreren spielt. Also im Koop. Aber sonst ist Heiler, glaube ich, nicht so effektiv. Hätte ich jetzt mal so gedacht. Gut. Ist egal. Denn wir gehen jetzt einfach nochmal zum Leuchtfeuer. Und spazieren dann schön dorthin, was ich euch versprochen habe. Ich wollte euch nur noch schnell das Secret zeigen. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles durch, was mir so aufgefallen ist. Was ich verpeilt habe. Nur noch dieses eine Gebiet. Da kriegen wir nämlich auch noch ein Leuchtfeuer. Wir müssen aber aufpassen, dass wir es komplett cleanen. Und dann nicht ans Leuchtfeuer gehen. Sondern so noch weiterkommen. Aber wo sind die zwei Leute hin? Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, Leute. Die sind weg. Erst ist der Patrouillierer weg. Und dann der Typ, der hier sitzt. Bugge ich das Spiel? Kann das sein? Leute, kann es echt sein, dass ich das Spiel verbuggt habe? Ach wirklich. Jetzt hat er echt diesen blöden Ausfall gemacht. Total sinnloses Teil. Achso, wir können doch noch schnell hier runter, ne? Ah, ist mir egal. Machen wir jetzt nicht. Machen wir nur nicht. Weil da liegt eh nicht so Wichtiges. Hallo. Ach, was mache ich denn hier? Ich weiß gar nicht, was hier oben soll. Muss ich sagen. Das war jetzt so schon in mir drin. Hier hoch zu gehen und hier lang zu laufen. Ganz komisch. Wow. Nein, 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 nein. Nein. Was war das denn? Wie ich hier einfach komplett runterjumpe. Da habe ich echt irgendwie den Tritt verloren. Nein. Nicht auf mich feuern. Ihr seid alle böse. Ah! Scheiße. Da musste ich ihm zu vorkommen. Sonst wäre hier ganz schnell zappenduster gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch ein Bastardschwert. Wie soll ich noch davon nehmen? Ich will das gar nicht. Keine Lust auf ein Bastardschwert. Bastardschwerter sind doof. Ach, da oben bist du. Ja, dann lauf doch da oben rum. Ist mir egal. Ach, Mensch, das war jetzt wieder voll unnötig, Leute. Aber wir haben ein bisschen Kampf-Action. Das ist doch immer schön, ne? Da freut ihr euch doch. Glaube ich. Hoffe ich, vermute ich. So, jetzt müssen wir den dabei erwarten. Na komm. Wirklich, muss ich an dir... Ja, ist egal, dann bleib halt da. So, endlich gehen wir in dieses neue Gebiet. Yay. Mal gucken, was das hier uns bringt. Wir können jetzt auch noch eine Fackel mitnehmen und hier alles anzünden. Aber so dunkel ist es gar nicht, oder? Seht ihr, da ist ein... Da ist wieder so ein Schildkrötenfuzzi und hier steht einer auf. Habe ich gerade noch so im Augenwege gesehen, den Penner. So. Ich habe nicht so genau hingeschaut, als ich mir das hier angesehen habe. Spoiler und so. Ja, warum kommen die jetzt alle? Nein, nein, böse. Nein! Du bist doch ein Arsch, ganz ehrlich. Wie ich genau im falschen Moment zaubere. Komm. Ah, er will nicht. Das ist schön. Feiglings Methode, ich weiß. Aber die Viecher sind echt stark. Und ich habe keine Lust auf sie. Also jetzt noch nicht. Gleich machen wir es im Nahkampf. Aber das war mir jetzt gerade noch ein bisschen blöd, weil ich im Hintergrund gesehen habe, dass vier andere Leute antanzen. Und das ist doch mal nicht nett. Ne, die tanzen doch nicht. Aber hier liegt was Schönes. Was haben wir denn hier? Schwarze Feuerbombe. Jetzt. Jetzt könnte ich es... Ne, jetzt könnte ich es machen. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Oh, zum Glück bin ich schneller. Ich liebe dieses Schwert. Das ist super gut. Ich habe es übrigens aufgerüstet, Leute. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Wartet mal. Seht ihr, es ist auf plus drei. Und das heißt, wir machen jetzt 102, 102 statt 78, 78. So. Und natürlich seht ihr, mein Intelligenzbonus pusht das noch ganz ein schönes Stück höher. Was bedeutet, dass dieses Schwert jetzt einen Gesamtschaden von 204 plus 50 ungefähr macht. Also ungefähr 250. Und ich habe auch noch das Heideritterschwert nochmal jetzt aufgerüstet, 159. Denn Blitz ist teilweise besser gegen so gepanzerte Gegner. Und das will ich im Heideflammenturm mal ausprobieren. Weil die Typen sind richtig gepanzert. Dagegen sind die hier nischt. Ja, pass mal auf. Ne, ich gehe nicht hinter ihnen. Das ist gut. Komm. Ja, im Nahkampf geht es. Wenn man sich nicht treffen lässt. So, sehr gut. Und man gut Platz zum Ausweichen hat. Seht ihr, da steht noch einer. Hatte ich mir doch schon fast gedacht. Hier gibt es noch eine Fackel. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 35 Minuten nur. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist sau... Hä, das ist sau wenig. Ich habe irgendwo ein paar Fackeln übersehen, habe ich das Gefühl. Komisch. Brugge hatte hier über 50 Minuten. Meine ich. Ja, abgehackt. So. Ich bin, spiele gerade ein bisschen leichtsinnig, oder? Nur ich das Gefühl. Ah, seht ihr das? Wir sind im Land der Turtles angekommen, Leute. Seht ihr? Da steht nämlich schon der Nächste. Au. Und da kackt mich so ein blöder Bogenschütze von der Seite an. Nein. Wir sehen doch bitte den Bogenschützen an. Nee, warum auch... Warum auch die imminente Gefahr, äh... Anvisieren, wenn du den anderen Fuzzi anvisieren kannst, der nichts macht. So, jetzt sind wir den nämlich schon mal los. Au. Wir können den vielleicht jetzt schon voll abziehen. Mal gucken. Ja, jetzt mache ich ungefähr so viel Schaden mit meinem großen Seelenpfeil, wie ich mit dem Schwert machen würde. Ja, und das nutzen wir jetzt für den auch noch aus. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, ich falle jetzt hier irgendwo runter. Wir ziehen uns schön zurück. Nimm den Schwert. Hallo? Kommst du? Ah, ich dachte schon. Du hast keine Lust mehr zum Spielen. Hm. Kann ich verstehen, weil als feiger Magier und so, ne? Haha. Egal. Gut. Das ist schon mal clean, soweit, hier draußen. Aber hier steht schon der Nächste. Moin. Moin. Au. Nein, nein. Ich will doch ausweichen. Verdammt. Ich will hier nicht sterben. Das war knapp. Das war knapp. Da hätte ich mich jetzt echt abmetzeln können, einfach. Puh, wir gehen noch nicht aufs Dach. Ich habe die Leiter gesehen. Leute. Nein, nein. Das machen wir so mal. Da oben stehen zwei von den Typen. Ja, das weiß ich noch. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe mich halt ein bisschen gespoilert dadurch. Ist ein bisschen schade, aber... Ich wollte halt auch mal sehen, was andere so hier treiben. Und wie ich dagegen aussehe. Und ich würde sagen, so schlecht mache ich mich jetzt auch nicht, oder? Dafür, dass ich eigentlich in Dark Souls nicht so der Meister bin. Und es auch gar nicht sein möchte, ehrlich gesagt. Das ist mir zu anstrengend. Ist mir zu anstrengend, der Boner. Bastardschwert. Noch eins. Jetzt habe ich schon drei davon. Das ist toll. Das Schöne ist... Schaut mal, wir können die Tür einschlagen. Das ist doch cool. Das könnten übrigens... Das hätte der fette Turtle-Typ auch gemacht. Ha. Wenn wir nämlich einfach ins Haus gerannt wären. Hier wartet einer um die Ecke. Was seid ihr für Schweinehunde? Gut, dass ich mich mal gut umschaue. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob hier noch mehr sind. Ich hoffe mal nicht. Da ist nix. Aber hier liegt was. Und hier, das ist übrigens... Gegenüber da, was wir noch nicht aufgesammelt haben, wo wir runterspringen müssen. Wenn ihr euch erinnert. Gelbes Kraut und grüne Blüte. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ich hebe mir diese Kräuter aber gerne auf. Vor allem die grünen Blüten. Weil, äh, ja. Boah, bringt eh nix. Ich hab den Ring. Der ist viel cooler. Okay. Ich dachte, hier wär einer. Das ist jetzt erwartet. Keine Mimik. Yay. Jägerhut und Lederrüstung. Okay, kommt keiner. Können wir uns das ja mal angucken. Viel schlechter. Ein Lederhut mit breiter Krempe. Traditionell von Bogenjägern verwendet. Die Jagdgöttin Evlana war gar keine Göttin. Sondern vielmehr eine tapfere und äußerst begabte Bogenjägerin. Lange nach ihrem Tod machte die Legende eine Göttin aus ihr. Nach dem Tode. Das gibt's häufig. Ja, wo ist die Lederrüstung? Da. Aus weichem Leder gefertigte Rüstung. Ein gewöhnliches Ausrüstungsstück. Wenige Verzierungen. Leicht und mühelos einsetzbar. Ja, und hat auch nur B. Und die hat A auf unsere Anpassung. Also körperliche Abwehr. Attribut meine ich. Aufs körperliche Abwehrattribut. Und das wird durch Anpassung erhöht. Das heißt, die Rüstung skaliert einfach schon. Also die, die wir tragen, skaliert einfach schon besser als die anderen. Die hat auch A auf körperliche Abwehr. Hm. Hm, hm, hm. Ich weiß es nicht. Aber die haben keine Stärkeanforderungen hier. Hä? Komische Schilde haben das ja. Und alles. Ich dachte, die hätten auch so Anforderungen. Naja. Ja gut, das skaliert alles nur C. Und zwar wirklich alles. Was ich ein bisschen komisch finde. Sogar die Drang Lake stulten. Okay. Wir sind auch nur ganz knapp an der Belastungsgrenze. Das finde ich ein bisschen schade. Äh. Wiegt das was? Das wiegt wirklich was. Das so. Weg damit. Können wir jetzt das Schwert ausrüsten? Ich hätte gerne noch das Heideritter-Schwert, muss ich sagen. Ah, knapp drüber. Naja, 73 Prozent. Das ist schon einiges. Aber wir dürfen 71 nicht erreichen. Das heißt, 70,5 würde schon gut sein. Und für so Informationen habe ich das Let's Play von anderen geguckt, muss ich sagen. Weil, ja, es ist nützlich. Das bringt mir was. Das hätte ich so nie rausgefunden. Und ich will nicht im Forum stöbern. Noch nicht. Vielleicht später mal. Weil. Ah, seht ihr? Hier ist das Leuchtfeuer. Ich glaube, wir können es auch entzünden, ohne dass wir uns dransetzen. Und das ist genau so, als wären wir drangesessen. Außer, dass die Gegner nicht wieder da sind. Das wäre jetzt nämlich tödlich. Wenn jetzt hier die Gegner da sind, dann, das schafft man nicht. Da kommen wir nicht mehr raus. Guckt mal hier. Ach, ist ja nicht hübsch. Den kennen wir ja schon. Aber hier ein Rieserut in Frieden. Ich bin immer noch interessierter dran, ob ein Riesenbaum-Samen da was geändert hätte. Nicht an dem hier, aber an dem beim Verfolger. Könnt ihr mir gerne schreiben. Nur ja oder nein, denkt dran, ne? Nur wäre nützlich. Denn ich weiß jetzt leider, dass das versteinerte Stück eigentlich völlig Panne war. Das, was ich hier habe. Dieses Ei. Wartet, ich zeig's euch. Dieses hier. Angenehme Konsistenz. Genau. Denn das hier ist etwas, was man bei Dings abgeben kann. Bei der Krähe. Oh, das müssen wir auch noch einsetzen. Das ist auch ganz wichtig. Ich mein, steht ja drin. Es erhöht die TP, die beim Flakoninsatz wiederhergestellt werden. Das ist sauwichtig, Leute. Das müssen wir noch einsetzen. Aber erst beim Turm. Ja, weil... Gut und so, ne? Gut und so. Ich glaub, wir gehen hier hoch. Dürfte sicherer sein, als dort... ...drinnen zu gehen. Seht ihr, da ist einer. Ich höre hier dann noch einen. Da steht nämlich auch noch einer. Okay. Das wird jetzt was, Leute. Ich glaub, ich werd sterben. Wie denn auf der Stelle tapselt der Pensor? Ah, wie er mich doch erwischt hat. Was? Gott, Leute. Ich bin mich so am Konzentrieren hier. Was? Was haben die denn bitte gemacht? Ich glaub, ich war grad echt sprachlos. W-w-w-w-w-w-w-w-wäh? Uff. Fuck. Sorry, aber fuck. Weil, das kann ja wohl nicht sein, oder? Ja, jetzt machen wir Glaskanonen. Jetzt ist mir egal. Scheiß auf die Seelen. Scheiß auf die Seelen, mal ganz ehrlich. Ah! Was? Wieso kommt ihr denn so schnell schon wieder hier? Ihr blöden Penner. Lasst mich doch alle in Ruhe. So, die paar Seelen werde ich jetzt nämlich verlieren Aber ich will das hier haben So, Seele, namenlosen Soldaten und noch irgendwas Hululululululululul- Lass mich hier runter Nein, nicht zu weit Fuck Scheiße Ich dachte, ich schaff's vielleicht noch hier raus zu kommen Und zum Leuchtfeuer Ob tryinlich ich die Seelen kriege Ich weiß nicht, waren eh nicht viele Das reicht. Wir brauchen hier nicht mehr. Es war nur dieses eine Teil dort, Leute. Ich habe euch das Gebiet gezeigt. Ich werde hier wahrscheinlich nie wieder hingehen, weil ich... Finde es doof. Machen wir was anderes. Wir gehen nach Majula. Ich pfeife jetzt echt auf die Seelen. Das ist mir egal. Ich habe jetzt zwei Tode eingehandelt in diesem blöden Gebiet. Das reicht mir. Ja, Tode sind nicht so schlimm. Ich weiß. Ich finde es auch nicht schlimm, aber... Man muss ja den Counter nicht übertreiben, als es sein muss. Wir haben hier aber noch was vergessen. Oder beziehungsweise vergessen. Hier war ja jemand nicht da. Ich gucke mal, ob er jetzt da ist. Ich habe jetzt auch endlich rausgefunden. Im Review habe ich es gesehen, Leute. Ich bin so doof. Und bei Bruga. Als er hier rein ist. Ich habe sofort gesehen, dass das eine Karte ist. Aber als ich es hier selbst gespielt habe, habe ich es nicht gecheckt. Ich bin so doof. Ihr habt wahrscheinlich in den Kommentaren mich zerrissen dafür. Mit Recht. Äh, denn... Da geht es nur hoch. Hoch ist doof. Ah, hier steht er. Seht ihr, mit dem wir jetzt reden. Denn das hier ist die Karte. Verdammt, ich bin so hohl, oder? Aber es sieht echt nur wie eine schlechte Bodentextur aus. Also nicht wie eine Karte. Jetzt, wo ich die Stoffkarte mal ausgepackt und mir kurz drüber geguckt habe, weil es wird eh nichts gespoilert. Man sieht nicht wirklich viel drauf. Schade. Und die ist auch ein bisschen sehr klein, finde ich. Aber naja. Ist ja egal. Aber jetzt, wo ich die mir angeguckt habe, sehe ich sofort, dass das hier Drangleic ist. Ja, okay. Reden wir mal mit dem Typen hier. Das ist doch ein schöner Abschluss für den Part. Ich weiß nicht, ob es wird da noch was machen, aber mal gucken. Oh, hallo wieder. Du hast es geschafft. Ja, sieht hübsch aus. Auch noch mehr Flamen haben gespeichert. Ich weiß nicht, was es umsonst. Hast du die Flamme auf dem Boden gesehen? Ja. Es war nicht da, als ich hierher kam. Ich weiß nicht, was es umsonst. Weiß ich auch nicht, ein toter Boss. Oder da müssen wir als nächstes hin. Keine Ahnung. Aber da ist etwas, was sehr komfortabel ist über diese Flamme. Es scheint etwas sehr precious zu erfüllen. Deep in der Seele. Etwas essentiell. Und wenn es beruhigt, dann bin ich auch beruhigt, wenn der Boss tot ist. Ich würde nicht weit in diese Flamme hinein. Es wurde durch eine Wolle gebrochen, etwas, das lange vorhin gebaut wurde. Aber es war krummlich und ich habe den Job geschlossen. Jetzt wird ein fehles Lund eröffnet mit mir. Habt ihr das Loch vor der Villa gesehen? Hallo? Was geht denn? Hallo? Okay. Brugge ist auch ganz fleißig hier am Anzünden. Das heißt, wenn hier was wäre, dann wüsste ich das. Also er hat hier zumindest das angezündet und hier ist aber nichts. Ich glaube, der meint das Loch vor der Villa, oder Leute? Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wo wir da reinkommen. Ich will nicht runterspringen, auch wenn da viele Items liegen. Aber das ist der sichere Tod. Das schaffen wir einfach noch nicht. Ich habe keinen Bock auf die kleinen Schweinchen. Aber das würde ich in diesem Part gerne noch schauen. Und zwar habe ich einen Verdacht, dass wir hier rüber reinkommen könnten. Und wieder über diese Vorrichtung. Oder der hat hier ein Loch aufgehauen. Weil hier lag ja auch noch was. Ne, hier ist alles zu. Was ist denn das mit der Vorrichtung? Ist das was? Ich probiere jetzt einfach mal sowas aus. Ich will die doch... Ich würde die jetzt einfach gerne mal benutzen. Ja, ich weiß, dass ich die nutzen kann. Dankeschön. Hm. Nö. Bringt nix. Keine Ahnung. War nur so ein Gedanke. Vielleicht wird das ja was bringen können. Keine Plan. Aber schaut mal da. Da liegt was. Das will ich haben. Das will ich haben. Das ist alles meins. Meins. Und dieses Ding macht keinen Sinn. Das ist völlig sinnlos. Habe ich aber beim ersten Mal, glaube ich, schon gesagt, oder? Es ist so sinnlos. So sinnlos. Außer man macht die Wand dahinter weg. Aber sonst ist ja kein Durchgang. Selbst wenn das Gitter weg wäre. Und ich will zu dem Scheini und... Wir werden jetzt auf jeden Fall zu Heides Flammenturm gehen. Aber ich werde... Porten. Ja, der Weg ist mir jetzt zu blöd. Ja. Da ist auch nix auf dem Weg. Ja, ist mir egal. Dann wollen wir mal gucken im nächsten Part, wie das mit Heides Flammenturm weitergeht. Weil da müssen wir nun mal lang. Ich könnte eigentlich... Ich habe eh keine Seelen. Ihr könnt es doch mal versuchen, oder? Gott, nee. Das ist viel zu tief, Leute. Der Fallschaden ist so riesig. Der ist so riesig gemacht worden hier. Das ist übertrieben. Nee, ich will mir nicht noch einen Tod hier einhandeln. Der Deathcounter ist... Ich habe mich schon im Nacken. Wir so... Hihii. Komm, Gary. Nochmal sterben. Ja, 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 ja. Ich kann mir das schon denken. Okay, Leute. Dann verabschiede ich mich für diesen Part. Wir haben nicht so viel Neues gesehen. Ein bisschen schon. Das fand ich schon ganz gut. Auch ein interessantes Gebiet gewesen. Und wir haben jetzt das dritte Leuchtfeuer in dem Wald der letzten Riesen und so. Auf alle Fälle würde ich mich freuen, wenn ihr mir was Schönes da lasst. Schreibt was Tolles. Lasst eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Dark Souls 2. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Vielen Dank.